Hallo und Willkommen zu einer weiteren Runde Hearthstone. Heute spiele ich wieder mit dem lieben Smizzle Kartenchaos. Hi. Wir dachten uns, wir spielen Kartenchaos wieder. Erst was Spaß macht und zweitens, da der liebe Chris Cookie noch nicht so viele Karten hat, ist das noch ausglücklich. Damit ich nicht immer so viel verkack. Ja, das ist noch ein bisschen fairer. Ich überlege, wem ich gerade nehme. Ich glaube, ich spiele einmal mit allen durch. Ja, ich nehme auch einmal einen anderen. Krieger nie wieder. Nicht so gut? Nee, ich weiß nicht. Oh! Hast du die Sahneschnitte? Du hast es so gewaltt. Eure Zeit ist gekommen! Okay. Ah. Hä? Was? Wenn der lange... wenn ich jetzt so lange überlebe, dann ist die Karte geil. Ja, ich denke, das meine auch so. Ich habe so eine Karte bekommen, die acht auf jeden Fall einmal. Acht? Ja, ziemlich stark. Aber... Okay. Musst du auch bis zu acht Minuten überleben, ne? Oh, die ist gar nicht so schlecht, okay. Mit der geht sich aber nicht aus. Machen wir den. Was bekomme ich? Zauberstand. Oh, die ist schlecht. Zauberstand. Oh, die ist schlecht. Okay. Hm. Ah, jetzt hast du... Scheiße, diesen Typen, ey. Soll ich jetzt die, oder? Ja, ich nehme die. Oh, ich bin ein Morgenmusser. Nein. Na. Oh, das ist ganz schlecht. Sehr ernsthaft. Zweimal diese Kackkarte. Da kann ich gar nichts anfangen. Das freut euch bestimmt, ne? Ja. Ah, dann lehne ich wieder. Hm. Ich muss es opfern. Wow. Wegen einem Leben muss ich den jetzt opfern. Hm. Die war noch, du schade. Na mal die. Oh, was? Oh. Was ist für eine krasse Garten? Ja, das kann ich mal super. Was sie jetzt dafür auch Dingens bekommen? Äh, Sperre. Also Überladung. Was hat bekommen? Überladung? Nein. Was? Und ich habe so Kackharten auf der Hand. Wird ich doch nicht Mager genommen. Da weiß ich gar nicht so schlecht. Hm. Was kannst du? Hm, ne. Boah, ich schieße. Mein Name ist Oga. Der hat ja gar nichts getan. Er hat mich blöd angeguckt. Mein Schweinziner ist auch wieder dabei. Aber er erzählt nicht, dass er guckt. Ach, der Schwein. So, du noch. Man muss verstehen, mein Oga. Der hat zwei Köpfe. Weiß er gar nichts dafür, wenn er einen. Geil. Und dann habe ich so schöne Karten auf der Hand. Ich bin ein Glückspilz. Ja, die Magrin hat doch meine Superkarten. Wenn die bei mir hier meine Zuschauer gucken, der, der war drauf, ey. Was soll ich nehmen? Ja. Ja. Was soll ich nehmen? Das wird zu schade. Hm. Ich nehme die. Oh, was? Oh, 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 oh. Boah. Ich glaube, ich habe verloren. Jetzt habe ich eine geile Karte bekommen. Ich habe safe verloren. Ja, wenigstens die, ey. Nichts ist es eine Karte. Äh. Verzeihung, ihr steht in Flammen. Was, 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 so? Nein, das ist echt. So. Dann nehmen wir die. Oh, das klingt schon mal schlecht. Boah. So, weg mit dem. Jetzt weiß ich, wie es sich ausfügt. Ich bin ja gleich eh schon tot. Ey, was ziehe ich für Karten, Mann. Nicht zum Schieben? Hm. Ich bin zu alt für diesen Schiff. Glück habe. Krieg ich jetzt was geiles. Toll. Sehr geil. Echt gut, ja. Oh, ich bin tot. Wie es aussieht. Oho. Das ist geil. Oh, Asi, ey. Ey, ich bin tot. Ich bin auf jeden Fall tot. Oh, ich opfer dich, mein Freund. Ich sehe noch eine Waffe. Oh, das. Boah, gar nicht so schlechte Karten, was der Schamane hat. Hey, ich hatte voll die Waffe. Noch eine Runde. Und wieder level up. Was sind wir noch im Ding? Ah, okay. Hm, ich nehme ich jetzt. Ich werde auf jeden Fall die Tage noch Kartenchaos selber spielen, damit ich dieses Pack bekomme. Das ist ja direkt so ein neues, ne? Genau, ja. Kannst aber auch erst April öffnen, ja? Genau, ja, mit April. Okay, ich bin gespannt, was die Karten dabei sein werden. Ah, jetzt kannst du mich schon mal. Eure Zeit ist gekommen. Lasst die Jagd beginnen. So, was habe ich denn? Alter, die Karte ist teuer, aber geil. Die lasse ich. Hm, du nicht und du auch nicht. Okay, was sind das für Karten? Nee, ich hab... Ach ja, ich bin ruhig. Ja, nimm mal... Nee, oder? Ach, dachte ich, so eine Scheißkarte. Okay. Okay, und die? Ach ja. Hatte kein Glück. Das könnte kurz wehtun. Egal, nächstes hab ich mein Leben wieder. Ja, jetzt sind wir heute. Ach. Nein! Geil. Ihr wurdet gewogen und wird zu leicht. Was? Ich hab auf Irak-Karten-Optand, aber nur so komisch irgendwie. Was hat der? Der ist schön. Aber teuer. Zieht er jetzt auch vier Leben? Ja. Ich kann doch das machen. Lohnt sich das? Ja. Nein! Boah, dein Vieh muss sterben, ey. Oh, oh. Nimm er den? Nimm er den gleich, ja. Die wilden Tiere geräuschen meinen Befehl. Hm. Ach, sieh, ey. Da... Hm. Ein zufälliges Wild hier und dann so einer. Das war's. Oh, das ist schon viel zu viele Spots. Oh, oh. Ja, bin ich doof. Toll. Ich hab gar nicht drauf gedacht, wie viel Leben der ist. Ich dachte nur, ey, ja, Mann. Dem bringe ich um. Ja, jetzt hab ich nicht mehr viele Spottis. Ey, hör auf. Hm. Ah, wer klüger wie so ein Ding, glaub ich. Na, ne, doch. War gut. Ja, ja, ja. Ich merk schon. Bisschen heilen? Ja. Einfach, deine Seite ist komplett voll. Hm. Der stirbt jetzt. Bei Reißzahn und Klaue. Nein. Oh, lass mal so. Gut. Gut. Jetzt gibt's. Ich bin schon gleich gut. Oh, was? Ja, ich hab keine Ahnung. Oh, warte mal. Die Frage ist, was lohnt sich jetzt mehr? Ah, dann gehe ich mir tot. Allein wegen deinen Spotttypen bin ich schon tot. Boah. Mach mal den weg. Und noch eine Revanche? Ja, ein Onogator, komm. So, was war dann? So. Hm. Jetzt nämlich sie. Wem hatte ich denn noch nichts? Den, den, äh. Komm. Der darf mich nicht durchlassen. Hm. Oh, das ist ja herrlich. Die geh mal direkt weg. Oh. Toll. Könnte ich ausrasten, ne? Ich sag dir mal, was ich in den Karten gezogen hab, ne? Ja. Kostet zwölf. Okay. Und da steht, äh, kostet ein weniger für jeden Zauber, den ihr in diesem Spiel gewirkt habt. Oh Gott, die kannst du ganz im Endeffekt. Also würde ich grad vielleicht mal höchstens vielleicht zwei Zauber wirken, dann wird der zehn kosten. Ja. Das heißt, die kannst du eh vergessen, die Karte. Die ist für den Arsch. Die ist herrlich. Scheiße. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was ist jetzt mal zu das? Okay. Ah, ich hab schon wieder diese scheiß Karte. Die ist für nichts. Alles klinisch getestet. Na ah, ich hab lieber die anwarten sollen. das war jetzt nicht noch teurer. Ah. Hm. Los geht's. Das kann der Kurzweil. Okay. Ist das wirklich und? naja und du kriegst schon den ja was? Moment mal wer ist das? also ich dachte das ist irgendwas spezielles jetzt wegen meiner karte. wow jetzt habe ich die nutzloseste karte bekommen die kostet vier mana kristalle hat sieben stärke sieben lehm aber kann nur angreifen wenn sie alleine ist das geht hier ja gar nicht. bei mir sieht es auch jetzt nicht gerade krass aus. die karte ist nutzlos. immerhin zwei zauber dann brauchst du noch zehn mana kristalle. nur schrott. ja ist echt nur schrott. ich finde mal kartenkost geil wenn man so bosse spielt. nicht bald entscheidend. los geht's. hm jetzt habe ich gerade gezahnt. achso ich muss ein pferde gedrucken. hm vielleicht habe ich ja glück. man weiß ja nie. ich will jetzt immer den sehen. okay. okay wie es aussieht habe ich doch glück. soll ich die oder nehmen wir die. nein die gebe ich dir nicht noch mal. okay nehmen wir die noch mal. shit. na gut dann heilen wir jetzt mal. danke. ja das war's. okay dann habe ich ziemlich glück. komm damit es ein bisschen interessanter wird. okay dann mach ich noch. die frage ist jetzt. ah nee 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 nee. sonst geht das nicht. boom. ach du meine güte. oh shit. so gefällt mir das. genauso. also der kam gut. der war nicht. der hat nur ein. wie viel hat der mir. bei mir kostet. ein. also sie. so. der muss vernichtet werden. ach so hatte ihr könnt. das ist mies. jetzt sind die automatisch noch stärker. weg mit dem. nein. nein. so. da komm. er braucht mal angreifen. aber das ist ziemlich viele karten ey. muss doch voll die auswahl haben. nur schlechte karten. ja bei mir auch. ah nein. was mach ich. was mach ich. was mach ich. ja nimm mal die beiden. ja das war's. ja das war's. hm. 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 den brauch ich nicht mehr. ob der sich lohnt. 07. hm. den zauber bekommen wir ja. Tch, jo. Ach du meine Güte, das war's für mich. Hm. Nur Schrott. Oh ey, du hast mir schon voll Angst gemacht. Ich dachte jetzt sterbe ich noch. Nein. So. 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 Ja, komm. Auch nochmal sicher, ne? So, so. Boah, hast du die Karten hast. So. Geht doch, eigentlich auch mal wieder geworden. Siegreich. Gratuliere. So, ich glaub drei Runden, das war jetzt genug, ne? Ja, ist genug, ja. Ja, ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Ein Abo, wenn's euch gefallen hat. Sowohl bei mir als auch bei Chris. Ähm, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Sonst würd ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss.